Herzlich willkommen zum heutigen Active Directory Tipp. In der heutigen Session möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit der PowerShell einen neuen Benutzer im Active Directory anlegen können. Ich befinde mich auf dem System DC01 und selbstverständlich habe ich das Skript bereits vorbereitet. Übrigens, ich werde Ihnen das Skript selbstverständlich zur Verfügung stellen, und zwar auf meinem GitHub-Konto. Ich navigiere schnell zum Browser, anschliessend gebe ich ein, github.com slash Tom Wechsler. Und dann, wenn Sie die Seite gefunden haben, navigieren Sie zu den Repositories. Und es gibt da ein Repository mit dem Namen Active Directory mit der PowerShell verwalten. Und in diesem Repository werde ich Ihnen dann das entsprechende Skript zur Verfügung stellen. Das ist wahrscheinlich etwas weiter unten. Da haben wir das Repository Active Directory mit der PowerShell verwalten. Und dann in diesem Ordner Benutzer und Gruppen, da werden Sie das entsprechende PowerShell-Skript finden, mit welchem wir jetzt in diesem Video arbeiten. Zuerst einmal den blauen Bildschirm unten etwas aufräumen. Und nun geht es direkt los. Aber einen Benutzer erstellen, wie funktioniert das? Das Commandlet dazu lautet New AD User. Wenn wir etwas mehr Informationen haben wollen zu diesem Commandlet, verwenden wir ganz einfach Help. Help ist ein Alias für Get Help. Also ich könnte hier zum Beispiel hinschreiben, Get Help anstelle vom Alias. Der Cursor blinkt auf der Zeile 5, führe diese aus. Und jetzt erhalten wir die Hilfe. Die Hilfe, wie wir ein neues Konto anlegen können in Active Directory. Gut, grundsätzlich ist es so, wenn ich da nach oben navigiere, brauche ich nur ein Argument. Und zwar brauche ich nur den Namen. Wir sehen hier New AD User, Minus Name. Minus Name ist in eckiger Klammer und dann Abstand String. Das müssen wir mitgeben. Alles andere ist optional, weil wir haben hier Minus Account Expiration Date und dann der Wert ist auch in der eckigen Klammer. So auch bei Account No Delegated. Das sind alles Optionen. Wir müssen es nicht angeben, aber den Namen, den müssen wir angeben. Gut, dann machen wir das. New AD User Abstand Bob S. Der Cursor blinkt auf der Zeile 7, führe diese aus. Voila. Schon erstellt. Ja, hat es denn auch funktioniert? Get Minus AD User Abstand Minus Identity Bob S. Und in der Tat, wir haben einen neuen Benutzer angelegt. Aber schauen Sie mal. Enabled, False. Wir können mit diesem Konto uns nicht anmelden, weil das Konto ist deaktiviert. Es wurde auch kein Given Name hinzugefügt, kein Surname, kein User Principal Name. Ein Konto ist wohl erstellt worden, aber wir können mit dem nicht arbeiten. Also, lassen Sie uns dieses Konto wieder entfernen. Mit Remove AD User. Wir geben die Identity an Bob S. Und anschliessend setzen wir den Cursor auf die Zeile 12, führen diese aus und Tschüss. Jawohl, möchten wir nicht mehr haben. Gut. Wir können weitere Optionen angeben, beispielsweise mit Minus Department Technik, Minus Title Manager und City Luzern. New AD User Abstand Minus Name Bob S. Und dann die zusätzlichen Optionen. Der Cursor blinkt auf der Zeile 15, führe diese aus. Konto wurde angelegt. Wir überprüfen. Get minus AD User Identity Bob S. Minus Properties. Ich möchte nun die City, das Department und den Title sehen. Der Cursor blinkt auf der Zeile 18, führe diese aus. Und in der Tat, wir haben die City Luzern, Department Technik. Aber schauen Sie mal, Enabled, False. Immer noch nicht aktiviert. Hm, warum das? Werden wir gleich später sehen. Der Name ist Bob S. Title ist Manager. Okay. Wir können aber immer noch nicht mit diesem Konto arbeiten. Gut. Lassen Sie uns dieses Konto wieder entfernen mit der Zeile 21. Jawohl. Und weg. Gut. Legen wir einen neuen Benutzer an und dieses Mal geben wir das Kennwort mit. Dann sollte auch das Konto aktiviert sein. New AD User Abstand Minus Name Bob S. Sie kennen das aber am Schluss Minus Account Password und da geben wir das Kennwort mit. Wir setzen den Cursor auf die Zeile 24, führen diese aus und, hm, geht nicht. Der Parameter Minus Account Password kann nicht gebunden werden. Der Wert Pass 1, 2, 3 Ausrufezeichen vom Typ System String kann nicht in Typ System Security Secure String konvertiert werden. Hm, da sagt uns die PowerShell, dass wir so nicht arbeiten können. Das funktioniert so nicht. Das Commandlet New AD User erwartet für das Passwort einen sogenannten Secure String. Das wird uns hier entsprechend aufgelistet. Okay. Dann rufen wir einmal die Hilfe auf. Und zwar Help, das ist eben wieder die Abkürzung oder der Alias für Get Help. New AD User Minus Parameter Account Password. Setz den Cursor auf die Zeile 27, führe diese aus. Und jetzt sehen wir hier, aha, Minus Account Password, Read Host as a Secure String. Wir brauchen also einen Secure String, um das durchführen zu können. Und Sie erhalten hier die entsprechenden Informationen. Sie sehen genau, um was es geht, warum das nicht funktioniert hat. Aber, wie erstellen wir einen Secure String? Help, Convert to Secure String. Rufen wir die Hilfe auf. Und wir erhalten hier die Hilfe, wie wir das Ganze aufbauen müssen. Convert to Secure String, der Syntax, alles beschrieben hier in der Hilfe. Gut. Wie müssen wir das Ganze aufbauen? Das testen wir. Zuerst einmal wurde der Benutzer angelegt. Ich weiss jetzt gar nicht, gibt es noch den Benutzer. Wir prüfen das schnell mit der Zeile 31. Nein, gibt es so oder so nicht, den Benutzer. Okay. Lassen Sie uns beginnen. Wir erstellen eine Variable mit dem Namen $NewPassword. Convert to Secure String. Wir geben den String an. Pass 1, 2, 3, Ausrufezeichen. As Plain Text minus Force. Also, diese Information wird dann gespeichert in der Variable $NewPassword. Der Cursor blinkt auf der Zeile 33. Führe diese aus. Gut. Was haben wir jetzt erstellt? Wir rufen die Variable auf und wir sehen, aha, System Security Secure String. Erinnern Sie sich an die Fehlermeldung? Etwas weiter oben. Mal schnell schauen. Hier, System Security Secure String. Wir sind dem Ziel schon etwas näher. Wir verwenden wieder New Ad User, Abschluss minus Name, Bob S. Department geben wir an, den Titel, City, Luzern etc. Aber jetzt kommt es, minus Account Password. Wir geben die Variable an, weil jetzt haben wir einen System Secure String und Enabled True. Wir wollen, dass das Konto aktiv ist. Ich setze den Cursor auf die Zeile 35, führe diese aus und voilà, schon fertig. Wir prüfen mit Get Ad User Identity Bob S. Wir möchten wieder die City, das Department und den Titel sehen und dann werden wir auch sehen, ob das Konto aktiv ist. Der Cursor blinkt auf der Zeile 37, führe diese aus und wir navigieren nach oben. City, Luzern, Department Technik und haha, Enabled True. Jetzt kann der Bob S. mit seinem neuen Konto arbeiten. Sie haben gesehen, mit der PowerShell ein Konto anlegen ist keine grosse Herausforderung, wenn man sich an die PowerShell Spielregeln hält.